So viel Schnee liegt derzeit rund um den Arlberg in Österreich. Zu viel für so manch Hausdach und die Räumdienste sind im Dauereinsatz. Ja, jetzt kurz vor Beginn der Wintersport-Saison hat es so richtig geschneit. Teilweise liegen bis zu einem Meter Schnee. Hier drunter versteckt sich ein Auto. Ja, viel Spaß beim Ausgraben, das ist schon richtig heftig. Aber die Wintersportler, die freuen sich riesig. Hier oben beginnt die Wintersport-Saison bereits am 1. Dezember. Erste Trainingseinheiten freuen sich schon jetzt über die weiße Pracht. Für Autofahrer dagegen ist es weniger erfreulich. Fahrzeuge kamen bei spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen. Hier zum Glück nur Blechschaden. Mit schwerem Gerät werden die Schneemassen von den Straßen und Gassen geräumt. Oberhalb der Waldgrenze herrscht dagegen eine angespannte Lawinensituation. Die zweithöchste Warnstufe 4 wurde bereits erreicht. Viele Hänge werden am Vormittag vorsorglich freigesprengt. Solche Schneemengen sind hier nicht ungewöhnlich. Der Arlberg ist eine typische Staulage bei Nordwestwetterlagen. Tiefwinterlich zeigt sich die Landschaft nicht nur hier. Auch in vielen deutschen Mittelgebirgen und am Alpenrand hat es für einen Wintereinbruch gereicht. So auch hier rund um Oberammergau im Süden Bayerns. Wie es beim Wetter weitergeht, das erfahrt ihr bei uns auf wetteronline.de und in der Wetter-Online-App. Aus Österreich, ich bin Marco Kaschuba von Wetter-Online.